Ja, guten Tag zusammen! Willkommen bei Subnautica Hardcore! Und ja, ich bin hier schon einen kleinen Umblick zu Gange und ich wundere mich gerade, wo eigentlich meine ganzen Kisten sind. Ich hatte doch mal in der letzten Folge hier noch ein paar Kisten. Aber es muss auch auf jeden Fall ein Update gegeben haben, denn das Menü sieht auch komplett anders aus. Und was mich dazu noch wundert ist, die Strömung. War die Strömung schon immer so stark? Man sieht ja, wie ich hier wegtreibe und ich bewege mich jetzt mal gar nicht. Also schon echt krass. Oh, Metall. Metall brauche ich ganz drängend. Denn ich will mir einen Schrank bauen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht mir so einen großen Schrank bauen kann mit Metall. Ich habe mir auch mal hier so einen kleinen Gleiter mal gebaut. Und das Schöne ist, ich habe auch noch, ich habe zwei Stasis Rifle, zwei Stasis, mein Gott, Brösel auf der Schalmei, zwei Stasis Rifle Fragments gefunden. Dann fehlt mir noch irgendwie der Blueprint für dieses Stasis Rifle und dann könnte ich mir ein Stasis Rifle bauen. Aber, ja, wie gesagt, geht nicht. Und irgendwie leckt das gerade. Oha, oha. Und ich weiß nicht, ob ihr das eben gehört habt. Der Inventory ist voll, ist klar. Warte kurz nach oben. Ob ihr das eben gehört habt, was sich so ein bisschen wie eine Wahl angehört hat. Also da wollte ich mal gucken gehen, woher das kommt. Weil ich fand das schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, ob da irgendwie noch so ein großes Vieh da rumschwimmt oder was. Da werden wir auf jeden Fall nochmal gucken gehen. Aber jetzt werde ich mir erstmal so einen Locker bauen. Ich will hoffen, dass das funktioniert. Fabricator. Da kriege ich mir eine Sauerstoffflasche. Small Storage. Auch nicht wirklich, aber ich frage mich gerade. Ich habe jetzt diese Blueprints und habe jetzt aber diesen Schrank. Wie kann ich jetzt diese Blueprints machen? Submarine Blueprints. Was ist das denn geile? Seamoth. Dreimal Metall, Batterie, Glas, Kupfer. Fragment Analyzer. Dafür brauche ich noch Kupfer und Glas. Glas ist nicht das Problem. Das müsste ich theoretisch sogar noch da haben. Und Kupfer, 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 Kupfer. Ja, Kupfer ist wahrscheinlich wieder so einfach zu finden. Ich weiß gar nicht, was ich noch hier habe. Glas habe ich noch da, aber kein Kupfer. Kein Kupfer, kein Kupfer, kein Kupfer. Kein Kupfer. Das ist ein Fragment Analyzer. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man das jetzt hier auslöst. Also. Fragment Analyzer. Hm. Ich muss mal gucken, ob ich hier, hatte ich hier nicht noch irgendwo, mein Fabricator hier noch irgendwo rumfliegen? Aber wahrscheinlich ist das auch alles weg. Wahrscheinlich ist alles weg, bis auf mein Raumschiff. Ich möchte wissen, wo das herkommt. Dieses Rumgejaule da. Kann er das momentan? Warum nicht richtig sondieren? Ich bin mit dem Gleiter trotzdem nicht schneller, wie es ausschaut. Tut mir leid, ich muss mich zwischendurch mal mit dem Holz machen. Weil irgendwie habe ich einen Brösel auf der Schalmeie. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Kupfer lag hier auch nur so irgendwo rum. Das war, glaube ich, jetzt nicht in diesen Steinen, glaube ich, mit drin. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht hier irgendwo, hier irgendwo was finde. Vielleicht finde ich hier auch mal noch ein Blueprint. Hier vielleicht mal reinschauen. Oxygen, 50%. Wollen wir nochmal ein bisschen nach oben? Aber am meisten anrocken würde mich ja ein Stasis-Rifle. Das würde mich ja noch richtig anrocken. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ach, da ist das große Schiff. Das heißt, wir schwimmen jetzt quasi rechts an dem Schiff vorbei. Äh, an dem großen Schiff, an der Aurora. Aha. Was ist das denn für witzige Viecher hier? Komm, die fangen. Oxygen, 50%. Ja, siehst du, so ganz große Sprünge kann man sich... Break? Was ist das denn? Break? Inventory Voll. Ey, ich weiß noch gar nicht, was es ist. Sah mir aber nach diesem Kalkstein aus. Also, auf jeden Fall kein Kupfer, logischerweise. Ja, ich bin ja auf dem Weg nach oben. Ich bin ja auf dem Weg nach oben. Und es wird schon dunkel. Es wird dunkel. Das war aber echt knapp. Das war knapp. Ja, das kann ich auch eigentlich nicht machen. Ich muss mal zusehen, dass ich mir auch mal das Metall... Mal gucken, ob ich das aufnehmen kann. Aber ich war ja eben schon voll, glaube ich, ne? Inventory Voll, ne? Ah, das heißt, ich muss mal vielleicht zusehen, dass ich doch nochmal ein, zwei Storage-Kästen baue und... ...da mein Metall denn reinschmeiß. Weil so wird das nicht. Oder beziehungsweise... Oh, was liegt da denn noch? Guck mal. Dehydration. Ja, können wir gleich uns drum kümmern. Was haben wir denn hier? Inventory... Ich möchte wissen, was es ist. Äh... Dehydration. Ich hatte doch vorhin da diese... Zink. Zink, Zink, Zink. Calcium. Calcium brauche ich noch. Silikon schmeiße ich mal über Bord. Das mache ich mir ja aus Sand. Kann ich das aufnehmen? Stasis Fragment. Äh... Das ist schon das dritte Star, das ist Fragment, aber ich brauche ein Blueprint noch dafür. Oh, oh, oh. Oh, das wird wieder... Das wird wieder... Ah, Mamu! Boah! Ich muss es aber auch immer... Ich muss es auch immer riskieren. Oh, meine Fresse, ey. Boah. So, ähm, wo war jetzt mein Schiff da hinten? Was haben wir da noch rum? Ach so, das sah nur so aus, als wenn da was Licht ist. Haben wir hier Eisen? Hatte ich noch einen Platz frei jetzt, oder? Nee. Das war Inventar noch voll. Ich weiß jetzt auch momentan gar nicht, ob man sein eigenes Inventar noch ausweiten kann. Also quasi seinen Rucksack vergrößern. Ich glaube es nicht. Habe es zumindest noch nirgendwo gesehen. Aber... Naja. Ich würde mich auch immer interessieren... Diesen Schrank da, diesen Lockerschrank, äh, wie das... Wie ich den craften kann, weil das Rezept habe ich ja wohl dafür. Die Sachen habe ich auch dafür, aber ich kann das nicht craften. Oh... Oh... Ja... Töne, ich hole mich auch immer ein, die Missviecher. Wartet erst mal, bis ich einen Stasis Rifle habe, dann geht es aber ab, sage ich euch. So, Climb Ladder, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, was habe ich jetzt hier noch drin? Gut, Glas, Flintstein, etc. Flintstein, ich weiß gar nicht, ob und wie ich das gebrauchen kann. Muss ich mal gucken, so habe ich jetzt ja nichts. Blueprints. Schrank. Zweimal Metall, habe ich ja. Kann ich das irgendwie... Ne. Kupfer brauche ich noch. Kupfer brauche ich und Glas. Kupfer muss ich finden, dann kann ich diesen Fragment Analyzer bauen. Ich glaube, damit kann man, damit kann man, glaube ich, scannen, wo irgendwelche Fragmente sind, die man brauchen kann. So, mal gucken, was ich noch craften kann. Wasser muss ich craften auf jeden Fall. Weil ich nämlich schon am Verdosten bin wieder. Wuschen, was zu essen habe ich noch, aber so viel essen nun auch wieder nicht. Desinfekted Water muss ich jetzt mal klopfen. Desinfekted Water. Und was können wir noch machen? Nein, nichts weiter. Schweißer, Transfuser, was auch immer das ist. Das ist Rifle. Begleiter, Taschenlampe. Konstruktor. Da brauche ich Metall für eine Batterie und Glas. Batterie habe ich schon verbraten. Ja, die Hydration. Ich weiß. So. Plus 3 H2O, plus 5 H2O. Dann können wir uns den nochmal reinziehen. Da haben wir Schmuggel, Calcium, Sand haben wir noch da. Sand können wir mal rausschmeißen. Das brauchen wir jetzt nicht so dringend. Salz brauchen wir schon. Zink weiß ich jetzt gar nicht. Zweimal Metall. Einmal Metall kann ich noch aufnehmen. Und ich brauchte, ich muss erstmal wieder reinschauen. Transfuser. Aber gut, dafür habe ich das Blueprint sowieso nicht. Von daher ist es Latte. Konstruktor. Den wollte ich nochmal haben. Das ist Metall. Hab ich... Einmal brauche ich noch Metall. Ich brauche noch Glas und Batterie. Die brauche ich noch. Eine Batterie. So eine Batterie mache ich aus Kohlenstoff. Ich brauche noch Kohlenstoff. Kohlenstoff hatte ich doch noch da. Siehste? Dann gucken wir gleich mal nach. Ich werde mir mal den ganzen Kohlenstoff hier mal reinziehen. Und dann werde ich mal schauen. Batterie. Noch eine Batterie. Wenn wir schon eine Batterie machen können, dann... So. Bleach brauchen wir... Doch. Bleach können wir auch nochmal her. Schnell ist ja egal. Wenn wir das da haben. So. Dann brauchen wir nochmal desinfekted water. Können wir uns nochmal reinbröseln. So. Dann können wir... Ein Current Generator. Eine Funkbarke. Eine Grassphere. Sauerstoffflasche machen. Und hier können wir eine Taschenlampe machen. Wollen wir nicht. Zweimal Batterie brauchen wir auch... Ne, aber Batterie brauchen wir auch für Stasis Rifle. Da brauchen wir aber noch Kupfer und den Blueprint. Und der Konstruktor. Da brauche ich noch einmal Metall für. Mal gucken, ob ich da jetzt noch einmal... Metall rein kriege. Das müsste eigentlich passen. Glas probiere ich momentan nicht. Das kann ich wieder zurückpacken. Dann müsste ich auch genug Platz eigentlich für Metall haben. Kohlenstoff packen wir auch einmal zurück. Den Schmirgel packen wir wieder zurück. Stasis Rifle lassen wir noch. Batterie einmal. Können wir auch mal zurückpacken. Ich brauche glaube ich noch eine Batterie. Gut. Dann brauchen wir noch einmal Metall. und dann können wir uns hier ein bisschen was bauen. Den Konstruktor. Das kann nicht sein, dass der Konstruktor nämlich... so das ein oder andere mich bauen kann. Salz lassen wir jetzt mal an der Oberfläche... äh, an der Oberfläche da... vom Grund... Ich brauche es noch einmal Metall. Metall, Metall, Metall. 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 Da habe ich... Ne, doch nicht. Metall. Wo bist du da? Da war doch Metall, glaube ich. Was ich gesehen hatte. So. Metall. So, dann bauen wir uns nämlich einen Fabricator. Ne, einen Konstruktor. Und dann kann dieser nämlich dann auch dementsprechend... Das wäre auch nochmal interessant, vielleicht um hier rein zu schwimmen. Hier ist dann nämlich dieser Felsen. Aber dafür brauchen wir dann wieder diese... diese komischen... roten Kugeln, ne? Schwupps. Fabricator. So, und jetzt müsste ich eigentlich... den Konstruktor craften können. Äh, Funkbarke. Small Storage. Kompass. Current Generator. Bin jetzt hier falsch. Zweimal Glas. Okay. Brauche ich doch noch Glas für das Ding. Gut. Hoffentlich habe ich noch den Platz. Jupp, habe ich. Zweimal Glas. Chup, chup. Und dann machen wir mal den Fabricator. Äh, nicht Fabricator. Konstruktor immer noch. Jo, und den bauen wir uns mal draußen hin. Spubbilibub. So. Lanschen gehen. Und da haben wir den Fabricator. So. Von der anderen Seite muss ich schon ran. Klein. So. Craft-Menü. Dann hätten wir einen Seamoth. Den kann ich hier... Ein Observatory kann ich hier bauen. Und den Cyclops. Okay, also nur für diese drei Sachen. Gut, dann haben wir das Ding aber auch schon mal wieder hier. Dann brauche ich im Grunde genommen jetzt noch... Kupfer. Ich brauche jetzt noch Kupfer. Und Gold. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich jetzt hier mal so brauche. Weil damit kann ich nachher die höherwertigen Sachen dann auch bauen. Mal gucken, ob ich hier irgendwo... Was finde hier. Ich weiß auch gar nicht, ob die Batterie von dem Ding hier unendlich hält. Oder ob da man so ein bisschen was machen muss. Oxygen 50%. So. Was da irgendwie hat? Was bist du denn für einer? Ich nehme mich auch mal mit. Du siehst interessant aus. Im Dunkeln ist gut im Unkeln. Boah, das klingt nicht gut. Aber ich muss eh nach oben. Weil mich interessieren mich diese ganzen... Diese ganzen gelben da. Ich weiß nicht, ob man die... Diese gelben Pflanzen... Ob man da auch noch was abbauen kann. Oder ob die mir was bringen. Oder... Da würde ich mich auch mal ganz gerne hin. Die jetzt so anfangen zu leuchten. Oder ob die einfach nur so da sind. Dekorativerweise sozusagen. Hey. Ich bin ja weg. Ja, ist ja gut. Ich bin ja weg. Ich lasse euch ja in Ruhe. Manu. Ja, ist ja gut. Sind die immer noch hinter mir, die Penner? Ich schwimme mal hier mal zur Seite weg. Ich finde hier auch nichts. Mal ein bisschen Kupfer oder so. Mal ein bisschen lecker Kupfer. Aber das hier mit der Taschenlampe ist schon mal sehr cool. Ach nee, das ist Salz. Salz werde ich auch noch irgendwas brauchen, aber... Ich glaube, ich werde hier nochmal so ein Metallteil mitnehmen, dass ich mir zumindest eine kleine Storage bauen kann. Aber es ist merkwürdig, dass ich den Schrank nicht bauen kann, obwohl ich das Material dafür habe. Ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube, was Interessantes. Ich glaube, was Interessantes ist, was Interessantes ist, was Interessantes ist, was Interessantes ist. Da ist nichts. Da ist auch nichts. So, ich muss jetzt hier mal... Oh, geil. Oh, scheiße. Ich bin hier... Oh, das ist nicht gut. Ich muss zurück. Ah, scheiße. Wo kam ich denn her jetzt hier? Verschwommen, verschwommen, verschwommen. Ich glaube, das war's. Scheiße. Scheiße. Und das noch im Dunkeln. Ja, ich glaube, das war's. Oh, oh, oh. Die sind böse, die sind böse. Die sind böse. Na, das war's. Ich werde in Ruhe sterben hier. Da bin ich schon wieder. Oh, Mann, ey. So ein Mist. Und wieder alles weg, ey. Scheiße. So ein Scheiß. So, was brauche ich eigentlich für so ein Seamoth? Da brauche ich... Batterie, früher Glas, Kupfer brauche ich hier. Kupfer, Kupfer brauche ich hier. Kupfer. Da brauche ich so noch Gold für. Nies, klar. Merk's selber. Blueprint. Wie kann ich denn... Inventory... ...zu futtern. Den kann ich mir noch reinbröseln. Wie kann ich das jetzt auslösen? Metall zweimal Schrank. Ein normaler Schrank. Scheiße. Na. Hm. Ich brauche Kupfer. Allerdings nehme ich auch gerne Metall, so ist es nicht. Wups. Da ist auch noch Metall. Wups. Ich muss da gleich mal gucken, ob der Fabrikator noch... Äh, mein Gott, der Konstruktor noch da ist. Nicht, dass der dann auch weg ist, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich glaube, Sachen, die man gebaut hat, die bleiben auch da. Schaut das hier aus. Muss man ja auch wieder vorsichtig sein. Hier sind ja wieder diese komischen Krebse hier. Das ist auch nichts, glaube ich. Kupfer. Da sind die da doch da drin. Ich dachte, die liegen einfach so frei rum. Okay, dann wollen wir wieder mal eines Besseren belehrt. Ja. Achso, ich dachte, da lag noch was Tolles drin. So. Da haben wir einmal Kupfer. Was liegt da denn noch? Was ist das? Was bist du? Silikon. Warum nicht denn hier einfach Silikon rum? Zink brauche ich nicht. Ja, diese Höhlen, das ist schon wieder... Aber okay, da komme ich zumindest zu der Seite raus. Ja, Oxygen. Ich glaube, ich werde diese kleine Höhle noch mal längs gleiten. Und werde dann noch mal schauen, ob da auch noch mal Kupfer drin ist. Kupfer werden wir garantiert mehr brauchen. Das liegt. Das so, da hatte ich schon geguckt. Das war ja dieses Zinkzeug. Wo wollte ich jetzt lang? Was hier? Ich glaube nicht. Weggedroppt. Da waren wir drinnen. Oder sind wir hier rein? Zink brauche ich nicht. Naja, werde ich schon irgendwann brauchen. So ist es nicht, aber... Jetzt momentan nicht. Da ist noch Metall. Können wir auch noch mal mitnehmen. Schwupps. Oh, ich bin da schon tierisch über die Zeit. Oha. Gut, dann düsen wir noch mal wieder schnell zurück in die Heimatbasis. Und dann... Mal gucken, was wir noch schnell bauen können. Und dann soll es das gewesen sein. Schuhe. Nee, will ich gar nicht... Da ist auch noch mal ein bisschen. Auch weggedroppt. Schön. Gut, dann mal ab nach Hause. Da liegt doch auch noch was rum. Was ist das denn? Schönes. Flinstein, okay. Das Schiff ist dort. Wiesel ich da mal schnell runter, ne? Ja gut, dann gucken wir da auch noch mal schnell rein. Schmürgel. Schmürgel. Was bist du denn hier? Ähm... Erstmal gucken, kann ich den Fisch braten? Guckt. Hohlfisch. Den braten wir uns erstmal schön weg. Und äh... Mal gucken. Können wir jetzt hier ein bisschen was machen? Können wir nicht? Warum nicht? Ich hab doch Gupfer. Glas brauchen wir. Okay, Glas, 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 Glas. Äh... Glas, 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 Glas. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müsste ich doch eigentlich... ...das bauen können hier. Fragment Analyzer. Gucken. Fabricator. Was sagt der Fabricator dazu? Der Fabricator sagt, das interessiert ihn nicht. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Gut, wie dem auch sei, ich will hoffen, euch hat die Folge so ein bisschen gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch dalassen. Kommentare, Tipps, Tricks, Anregungen sind natürlich wie immer gerne gesehen. Und ähm... Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Subnautica Hardcore. Macht's gut und tschüss.